Also ihr wisst hoffentlich warum ich nicht zum Friseur gekommen bin dieses Jahr und damit sage ich herzlich willkommen zu den ersten CRTV News aus dem Jahre 2022. Wir hoffen eure Tüten haben euch gut zu Silvester weggeknallt. Ja und damit zu den News aus Deutschland. Taliban setzten Cannabis an. Ein Punkt der schon während der Regierungsbildung vor viel Wirbel sorgte und jetzt weiter Zündstoff liefert ist die Legalisierung von Cannabis und Haschisch in Deutschland. Jetzt sollen ausgerechnet die Islamisten den Milliardenmarkt in Deutschland beliefern. Ein Taliban-Sprecher bestätigte der Deutschen Bild, dass sie Gespräche mit der in Bonn ansässigen Firma ECI führen. Das Unternehmen wolle 400 Millionen Euro investieren und soll nach Vertragsabschluss ein Monopol auf das Cannabis in Afghanistan erhalten. ECI bestätigte den Deal. Im Raum steht sogar eine Erweiterung der Anbaufläche von derzeit 4.000 auf 6.000 Hektar. Die internationale Gemeinschaft verbietet momentan Geschäfte mit den Taliban. Das heißt, wenn eine deutsche Firma hier Geschäfte macht, würden die Produkte nicht legal nach Deutschland kommen. Beruhigende Tickets gegen den Weihnachtsstress. Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG hatten ein spezielles Ticket entwickelt, das BVG-Hanfticket, das man nach der Fahrt wirklich essen kann. Vom Genuss vor der Fahrt wird abgeraten. Dem Ticket wollten die Berliner dem vorweihnachtlichen Stress der Großstadt entgegentreten. Das Hanfticket ist der erste Fahrschein, der aus herkömmlichen Esspapier besteht und mit einer feinen Schicht Hanföl beträufelt ist. Fein bedeutet maximal drei Tropfen an 0,09 Milliliter, was eine berauschende Wirkung ausschließt. Die 24-Stunden-Karte kam in einem Plastiktütchen und waren leider nur zwischen dem 13. und 17. Dezember in allen U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Fährten der BVG gültig. Nürnberg. Polizei löst heilige Kieferrunde auf. Ja, in einem Mehrfamilienhaus am Franz-Reichel-Ring war zuvor starker Geruch aufgefallen, weshalb eine Streife der Polizei anrückte. Als diese den Geruch einer Wohnung im ersten Obergeschoss zuordnen konnten, ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft auf die sofortige Durchsuchung an. Weihrauch konnte man offenbar ausschließen. Beim Betreten der Wohnung konnten die Beamten sechs schillende Personen in der Wohnung antreffen. Diese hatten sich wirklich getraut, sich in ihrer eigenen Wohnung zu einer heiligen Kieferrunde niederzulassen. Die Polizeistreife stellte ein Joint, ein Einwegglas mit Cannabis und entsprechende Rauschgiftutensilien sicher. Gegen die Person ermittelt die Polizei nun wegen eines Verstoßes gegen das weihnachtliche Betäubungsmittelgesetz. Eine Meldung aus Europa. Neue Werte für Nutzhampf. Der Rat der EU hat einen Vorschlag des Parlaments angenommen, wonach der THC Höchstgehalt für Nutzhampf auf dem Feld von 0,2 auf 0,3 Prozent steigt. Die neue Agrarpolitik, die am 1. Januar 2023 in Kraft tritt, räumt den Landwirten die Möglichkeit ein, Direktzahlungen für Hanfsorten zu erhalten, die im EU-Katalog eingetragen sind und ein THC-Gehalt von höchstens 0,3 aufweisen. Diese Änderung führt zu einer potenziellen Erweiterung der Zahl der im EU-Katalog zugelassenen Hanfsorten. Der Wert von 0,3 Prozent wird allerdings nur für den Fall, dass Landwirte Direktzahlungen erhalten wollen. In Europa ist es weiterhin möglich, auf dem Feld Hanf mit einem THC-Gehalt von mehr als 0,3 Prozent anzubauen, insofern dies nach den internationalen Vorschriften zulässig ist. In Italien liegt der zulässige Grenzwert beispielsweise bei 0,6 Prozent, in Tschechien bei sogar 1 Prozent. Jetzt wird der EU-Hampfmarkt einen starken Impuls erfahren, um mit der internationalen Konkurrenz gleichzuziehen. Neue Studie Fahrtüchtigkeit mit THC. Können Kiefer Auto fahren? Diese Frage wird in Deutschland bekanntlich seit vielen Jahren durchweg negativ beantwortet. Behördengängen Leute massiv nehmen in den Führerschein weg, wenn bei einer der mittlerweile zahllosen, gezielt engmaschigen Verkehrskontrollen auch nur eine winzige Mönchkanabis durch einen Drogentest entdeckt wird. Erstaunlicherweise steht dieses Handeln mittlerweile eklatant im Widerspruch zur internationalen Forschung und eine neue Studie zur Fahrtüchtigkeit und zum THC zeigt erneut, wie weit die Bundesrepublik von den Standards moderner Analysen entfernt ist. Im Blut befindlicher nachweisbarer Alkohol, so die Wissenschaft, habe sehr wohl einen direkten Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit. Cannabis jedoch nicht unbedingt. Eine gegenseitige Regelung bewegt sich nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Forschung und sollte unbedingt angepasst werden. Wenn also zum Vergleich deutsche Polizisten und Richter sofort urteilen, den Lappen wegnehmen und eine Biografie mit Verweis auf Cannabis zerstören, ist das wissenschaftlich betrachtet absurd und Ausdruck totaler Willkür. Ein echter Skandal sei es daher, so beteiligte Forscher in Sydney, wenn weiterhin Menschen bestraft würden, die Behörden gerne als berauscht betrachtet wollen. Faktisch habe THC Grenzwetter an dieser Stelle überhaupt keinen Sinn. US-Firmen öffnen sich dem Marihuana-Konsum ihrer Angestellten und Kunden. Apple erlaubt Cannabis-Apps und Amazon verzichtet auf Weed-Screening bei Mitarbeitern. Es tut sich in Good Old America was. Immer mehr Institutionen und Firmen öffnen sich dem Marihuana-Konsum ihrer Kunden und Angestellten. Gerade die staatlichen Institutionen sind oft noch eine Bastion der Ewiggestrigen, die sich den Cannabis-Konsum-Gewohnheiten der Einwohner sowie den neuen Regeln vieler Bundesstaaten zu Cannabis nicht so schnell anpassen wollen. Firmen sind da oft nicht besser, vor allem wenn sie nationwide, also in den ganzen USA arbeiten müssen, sie aufpassen, da die Bundesgesetze zum Marihuana-Konsum nicht die gleichen sind wie in den einzelnen Bundesstaaten selber, die oft den Konsum legalisiert haben oder wenigstens medizinischen Konsum erlauben. Auch Präsident Biden, der eigentlich angetreten war, mit der Aussicht Cannabis in den USA landesweit, also auf Bundesebene zu legalisieren, hatte gleich nach Antritt im Weißen Haus Mitarbeiter entlassen, nur weil sie eine freizeitlegale Marihuana konsumiert haben. In einem Bundesstaat, in dem es also absolut eigentlich legal ist. Nun hat Apple im Juli 2021 seine Marihuana-Politik geändert und erlaubt Apps zum Thema Marihuana-Lieferdienste und andere Angebote können nun wahrgenommen werden und von den Usern installiert werden. Und auch der Megakonzern Amazon schließt Marihuana jetzt von seinem Drogenscreening vor der Einstellung aus. Das heißt, die Mitarbeiter werden weiterhin auf Drogenkonsum überprüft, nur nicht mehr auf den Marihuana-Konsum, da dieser ja in der Freizeit erlaubt sei. Und da hatte noch einer Glück zu Silvester. Ja, am Silvesternachmittag des vergangenen Jahres war der 28-Jährige zu einem Spaziergang in der Nähe eines Wanderparkplatzes aufgebrochen. Ein Gepäck hatte ja seinen Metalldetektor. Ja, mit dem suchte er mal hier und mal da und das Erdreich nach interessanten Fundstücken ab. Und tatsächlich, nachdem das Gerät ausgeschlagen hatte, fand dieser Glückspilz nach ein paar Schaufelstichen eine verschmierte Metallbox unter der Erde. Ja, und jeder Cannabis-Freund hätte nun wohl spontan einen Luftsprung getätigt, denn in der Box befanden sich mehrere gut verschlossene Schraubgläser, gefüllt mit feinsten Marihuana. Dem Finder war die Situation aber offenbar nicht ganz geheuer. Er informierte lieber die Polizei über seinen ungewöhnlichen Marihuana-Fund. Es ist von mehreren hundert Gramm Blütenmaterial die Rede. Also, frohes neues Jahr. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund, abonniert uns und lasst einen Kommentar da. Wo ist mein Wasser? Ja! quaig Ja! Untertitelung des ZDF, 2020